hallo zusammen und willkommen zu diesem video moderne action camps wie zum beispiel die insta 360s pro beeindrucken ja durch eine heraussteckende bildqualität wir können 8k aufnehmen wir haben eine low light verhalten ja dass er heute schon seines gleichen sucht aber alle modernen action camps haben ein problem und zwar haben sie ein problem mit dem ton und der ton wird sogar noch ein bisschen schlimmer wenn ein bisschen wind aufkommt du hast ein bisschen gegenwind ein bisschen windgeräusch ja dann kannst du im grunde die internen mikros alle vergessen bei der insta 360 gibt es allerdings eine absolut geniale und einfache lösung wie du externen ton ohne kabel ohne das einbüßen der wasserfestigkeit in die insta bekommst und ich glaube nicht dass insta das so beabsichtigt hat welche lösung es gibt und wie gut sie funktioniert das zeige ich euch in diesem video moderne action camps sind schon irgendwie ein wunderwerk der technik oder schon vor zwei jahren habe ich mir die insta zugelegt in dem fall als modulares system das heißt ich hatte die möglichkeit eine normale linse zu verwenden zum beispiel zum bloggen ich hatte die möglichkeit die 360 grad linse zu verwenden und ich hatte in dem fall auch schon das große leica objektiv das heißt sehr sehr lichtstark für gute ergebnisse ich hatte die kamera mit auf madeira auf fotoreise habe dort viel mit gefilmt und als ich mir das material dann angesehen habe habe ich mich ein bisschen geärgert denn die bildqualität ist top die spielt die stabilisierung ist auch top was ist aber nicht top der ton der ton geht wenn du die kamera ein bisschen vor dir hält du hast keinen wind und keine störende nebengeräusche da ist der ton okay aber sowie ein bisschen wind aufkommt sowie die kamera vielleicht sogar irgendwo positioniert du gehst mal zwei drei meter weiter weg ist ja natürlich ja einfach nur noch gruselig das ist tatsächlich aber nicht nur ein problem von insta sondern von allen aktuellen action camps noch schlimmer ist es wenn du sie unter wasser hat das dann sind nämlich diese kleine mikrofone hier zugesetzt mit wasser die musste dann frei pusten ja also alles ziemlich umständlich bei der insta gab es schon eine lösung wenn ich ein externes mikro anschließen wollte dann brauchte ich einen kleinen adapter diesen hier usbc dafür musste ich allerdings an der seite hier diese entsprechende klappe öffnen dann das ganze ran stöpseln dann konnte ich den empfänger oben rauf machen mit dem kabel und 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 ziemlich umständlich und im grunde dann ja auch die flexibilität einer solchen action cam aus meiner sicht nicht mehr so richtig gegeben ja ich nutze sie heute noch weil sie macht gute aufnahmen aber ich mache eben keine aufnahmen in denen ich spreche das ist eben nachteil jetzt war ich natürlich gespannt insta hat eine neue kamera rausgebracht die insta 360 pro in dem fall und sie hat natürlich ein paar tolle neue features gerade an die gerichtet die auch bloggen sieht man nämlich durch zum beispiel dieses klappbare display ja das heißt wenn ich mich selber filme kann ich mich auch endlich selber sehen das ist ein riesen riesen vorteil das heißt die zielgruppe eindeutig auch leute die sich filmen wollen die vielleicht auch mal was erzählen wollen in die kamera ja und jetzt war ich auch gespannt gut 8k das ist natürlich schon phänomenal bildstabilisierung vom feinsten aber wie ist jetzt tatsächlich der ton und leider nach den ersten ein zwei aufnahmen gab es eine kleine ernüchterung ich zeige euch hier auch mal warum lichttechnisch ist es ja schon genial aber so moderne action cams können ihr seht es ist dunkel hintergrund ist beleuchtet und trotzdem bin ich noch relativ gut zu sehen ihr hört jetzt den internen sound der insta das ist natürlich wenn ich das ganze auf armlänge halte gut aber was passiert wenn ich ein stück weiter weg gehen je weiter ich natürlich weg gehen desto schlechter wird der sound und je mehr umgebungsbranche bekommt ihr drauf das ist natürlich diesen nachteil gerade wenn die kamera vielleicht noch unten stellen möchtest du möchtest mal ein bisschen außenbilder raus gehen ein bisschen weiter weg gehen all das ist schwierig und wir haben jetzt noch keinen wind das heißt also ein leichtes gesäusern aber es ist eben noch nicht problematisch das heißt ihr seht das problem selbst mit windunterdrückung auch das ganze ja im menü einstellen dass der ton eben den wind rausfiltern soll ja und nein denn es funktioniert weiterhin nicht das ist natürlich auch im grunde der technik und dem aufbau geschuldet das ganze gehäuse ist ja wasserfest es ist wasserfest ohne zusätzliches cage du kannst bis zu fünf meter die kamera mit unter wasser nehmen das heißt da musste natürlich irgendwo abstriche machen und die abstriche die hast du natürlich dann bei dem mikrofon ja wo ist jetzt aber hier die rätsels lösung es gibt nämlich tatsächlich eine lösung ihr lieben die ist nicht nur so verwunderlich wie sie auch im grunde eigentlich genial ist denn man kann es im grunde kann man es gar nicht glauben ich habe auch im netz natürlich ein bisschen gesucht du findest erst mal im menü den menüpunkt airpods verbinden das heißt ja tatsächlich hat insta gesagt hey wer apple geräte nutzt wer die airpods hat kann sie damit nutzen das heißt ich kann dann das mikrofon meiner airpods nutzen kann das ganze via bluetooth verbinden ich brauche kein störendes kabel ich brauche kein zusatzgerät ich komme einfach meine airpods ja ton ja ist okay aber nicht jeder hat airpods oder und willst du auf jedem video die airpods im ohr haben ich denke eher nicht jetzt habe ich im netz ein bisschen recherchiert und war dann tatsächlich super super geflasht als ich die rätsel des rätsels lösung gefunden habe es gibt nämlich eine lösung bluetooth absolut genialer sound und zwar von der konkurrenz von dgi ja das habe ich das gelesen in einem blog du kannst das dgi mikro damit verwenden habe dann mein dgi mic system geholt zwei sender einen empfänger und habe ganz euphorisch versucht im entsprechenden kopplungsmenü bluetooth menü wo du eigentlich auf airpods suchen gehst mit der aktivierungsfunktion meines dgi senders das ganze zu koppeln ja dann war ich schnell enttäuscht wird nämlich nicht gefunden das heißt der sender wird nicht gefunden ja dann habe ich weiter recherchiert es liegt tatsächlich an dem ersten modell das dgi mic wenn du allerdings das dgi mic 2 hast aus dem pocket 3 dann bist du ganz weit vorne denn man kann es im grunde gar nicht glauben und ich glaube auch nicht dass es beabsichtigt ist von insta du kannst das dgi mic 2 mit der insta koppeln du suchst einfach nach einem bluetooth gerät gehst hier auf bluetooth koppeln und dann zeigt er dir entsprechend das dgi mic 2 an und es lässt sich dann ganz einfach verbinden und wenn es erst mal verbunden ist dann gibt es auch ein mega ton ich zeige es euch mal hier nicht mehr das nämlich anstecken und ihr hört jetzt nämlich schon den sound und zwar den sound vom dgi mic mikrofon und zwar vom pocket 3 und da habe ich ja tatsächlich gestaunt dass man hier im grunde wahrscheinlich ist es eher zufall denn du kannst ja eigentlich nur die airports verbinden dass du ein externes mikrofon verbinden kannst von einem konkurrenz hersteller und wo da der unterschied ist das zeige ich euch mal jetzt stehe ich vor der insta aber ich kann eben auch weggehen dadurch dass ich den windpuschel eben auch drauf habe kann ich weggehen und ich habe immer gleichbleibenden sound daran und selbst wind ist natürlich kein problem bei dem ganzen und das ist natürlich dann schon ein riesen vorteil also insta ob ihr es absichtlich oder nicht absichtlich getan habt damit habt ihr aber einen ziemlich großen wurf gelandet ja und großer vorteil natürlich vom dgi mic 2 du hast den windpuschel der ist gleich mit bei das heißt das ganze ist unempfindliche gegen wind du kannst auch mal weiter weg gehen von der kamera all das jetzt überhaupt kein problem im grunde zielen ziemlich geniale lösung auch wenn sie natürlich damit verbunden ist dass du dir das dgi mic 2 zulegen muss ja da kommst du leider nicht drum rum es gibt allerdings noch einen kleinen wermutstropfen der es mir aufgefallen jetzt in der praxis denn ich kann natürlich mein dgi mit der insta koppeln das ganze wird auch gespeichert das heißt es wird mir dann als gekoppeltes gerät vorgeschlagen problem ist allerdings so wie ich die kamera ausschalte ist natürlich ganz klar der pocket getrennt schalte ich sie wieder ein schalte entsprechend mein mikro wieder ein dann verbindet es sich nicht alleine wieder das ist natürlich schade denn du musst immer wieder erst mal ins menü gehen musst auf koppeln mit kopfhörer gehen dann wird es allerdings sofort erkannt ja wenn du das mikrofon an hast dann suchen sich beide geräte miteinander finden sich dann auch und dann kannst du tatsächlich auch den ton nutzen noch cooler wäre es natürlich gewesen wenn du die insta einschaltest du schaltest dein mikro ein und beides verbindet sich dann sofort ja gut kleiner wärmungstropfen aber es ist möglich genialen sound ohne irgendwelche verbindungskabel ohne irgendwelche aufsteckmechanismen und irgendwelche cages die du dir noch irgendwie zusätzlich kaufen muss guten ton in die neue insta zu bekommen du brauchst nur das konkurrenzprodukt von dgi ich hoffe natürlich an dieser stelle dass insta dann nicht negativ nachbessert mit dem nächsten software update dass du sagen das wollen wir nicht haben vielleicht ein eigenes mikro was wir demnächst vielleicht raus bringen man weiß es ja alles nicht sondern insta wenn ihr das spitz kriegt lasst es so weil es ist einfach eine geniale funktion und es bringt natürlich auch die insta durch die möglichkeit guten ton damit aufzunehmen ganz ganz weit nach vorne riesiger vorteil finde ich für die neue insta damit ist sie natürlich schon wieder bei mir gerade wenn es mal in den outdoor bereich geht beim bloggen ganz ganz weit vorne und ich werde sie jetzt dadurch natürlich auch öfter nutzen ganz einfache kopplungsfunktion zweier konkurrenzprodukte die ja sonst eher sich abstoßen als sich entsprechend anziehen diesmal funktioniert geniale lösung genialer ton für die neue insta der lieben schreibt sie mir unten in die video kommentare wie sieht es aus habt ihr vielleicht auch die neue insta doch auch schon über den ton geärgert bei wind dann wäre das die lösung habt ihr vielleicht diese lösung schon in benutzung dann schreibt mir gerne unten in die video kommentare da und schreibt so rein hättet ihr das gedacht dass insta und dgi jetzt im grunde kompatibel zueinander sind im grunde sind ja die hersteller doch immer darauf bedacht der konkurrenz dort nicht tor und tür aufzumachen um das ganze irgendwie kompatibel zu halten im moment funktioniert und ich hoffe es bleibt auch so der lieben alles euren gedanken zu dieser partnerschaft schreibt mir gerne unten in die video kommentare und wenn ich das kleine video mit der vorstellung und auch der möglichkeit die es aktuell gibt gefallen hat lasst mir dafür gerne daumen hoch da und wenn uns künftig in einem meiner neuen videos wieder sehen wollen und ihr habt noch nicht getan dann abonniert gerne an dieser stelle völlig kostenlos meinen kanal ich danke fürs zuschauen in diesem sinne bis dahin